Hallo, mein Name ist Hannes Rote. Ich werde euch heute vorstellen, was eine systematische Literaturrecherche ist. Ihr werdet sicherlich schon einmal mit Literatur gearbeitet haben, aber die Frage ist, was ist keine systematische Literaturrecherche? Nachdem wir nun gesehen haben, was keine systematische Literaturrecherche ist, will ich mir jetzt die Frage stellen, warum soll ich eine systematische Literaturrecherche eigentlich durchführen? Nun, man kann nach Rove sagen, es gibt drei Ziele. Das eine ist, ich kann eine zurückliegende Forschung beschreiben. Das heißt, ich sammle Literatur und versuche herauszufinden, was sind eigentlich die Phänomene, die Variablen, die Theorien, die dort beschrieben werden. Und ich gehe fast dokumentarisch vor. Das zweite Ziel, das ich mir stellen könnte, wäre, ich versuche zu erklären, was eigentlich die Forschung ausmacht. Das heißt, gibt es vielleicht Forschungsschwerpunkte, gibt es vielleicht Forschungsströmungen. Da ist schon eine gewisse Interpretation drin. Und das letzte Ziel wäre noch mehr Interpretation. Ich synthetisiere. Das heißt, ich versuche, diese ganze Forschung, die sich mir da liegt in Büchern und in Papern und in anderen Veröffentlichungen, zusammenzufassen auf einzelne Kernprobleme oder Kernlösungsansätze. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, warum ist das gerade für mich relevant? Nun, es gab im 12. Jahrhundert ein Zitat, das ich sehr praktisch finde und das Google noch heutzutage aufgreift. Wenn ich einen Zwerg auf die Schultern eines Riesen setze, dann sieht er deutlich weiter als der Riese selbst. Und ich bin in dem Fall der Zwerg. Egal, wo ich bin, ob ich mich in der Forschung aufhalte oder ob ich mich in einem Unternehmenskontext befinde, eine systematische Literaturrecherche gibt mir das Handwerkszeug, das ich dort verwenden kann. Nehmen wir beispielsweise an, ich bin in der Forschung. Ich möchte einen Forschungsstrang verstehen, ich möchte meine eigenen Gedanken irgendwo aufbauen. Und dazu muss ich natürlich wissen, was wurde bislang diskutiert. Und diese Methode gibt mir dieses Handwerkszeug, dieses zugrunde liegenden Theorien zu verstehen, auf die ich dann meine eigenen Gedanken aufsetzen kann. Im Unternehmenskontext passiert letztlich genau das Gleiche. Wenn ihr ein neues Projekt habt oder einen neuen Schwerpunkt setzt oder ein neues Geschäftsmodell ausprobieren wollt, ihr müsst die Ideen von jemandem verstehen. Ihr wollt vielleicht generalisierbares Wissen nehmen und das für euch anwenden. Und auch da könnt ihr systematisch vorgehen. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in vier Schritten. Schritt 1. Wir beschreiben den Rahmen und den Umfang unserer systematischen Literaturrecherche. Wie ihr seht, habe ich ein paar Fan-Diagramme gemalt und die werden auch gleich nochmal auftauchen. Wir starten jedoch mit einer schönen Tabelle, die von Cooper stammt, also bereits aus den 80er Jahren. Und diese Tabelle besteht aus fünf verschiedenen Punkten. Wir fangen an mit dem Fokus. Was ist eigentlich der Fokus unserer Literaturrecherche? Wollen wir uns auf Ergebnisse, auf Methoden, auf Theorien oder Anwendungen innerhalb eines Literaturstranges beziehen? Was für ein Ziel wollen wir setzen? Wie ich gerade schon beschrieben habe, wir können drei Ziele haben. Beschreiben, erklären und synthetisieren. Dann welche Perspektive nehmen wir an? Sehen wir neutral, als neutraler Beobachter, was in den letzten 200 Jahren passiert ist? Oder nehmen wir eine kritische Haltung an? Verteidigen wir eine gewisse Position? Dann müssten wir die Frage stellen, was ist der Abdeckungsgrad? Wie viel wollen wir eigentlich recherchieren? Und um euch das zu versimplifizieren, habe ich eine kleine Zeichnung angefertigt. Wie erwähnt, es kann vier Arten von Abdeckung geben. Ich male jetzt die erwähnten Fendiagramme. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben Thema 1 und Thema 2. Und die beiden wollen wir irgendwie gegenüberstellen. Also beispielsweise Äpfel und Birnen. Und wir versuchen herauszufinden, was haben die beide gemeinsam. Dies hier ist die gesamte Literatur, die beide Themenfelder sozusagen gemeinsam abdecken und wir brauchen alles, was da drin ist. Und die Frage ist jetzt, wollen wir wirklich alles haben? Wir können vier Arten von Abdeckung verfolgen. Die erste ist, wir wollen eine vollständige Abdeckung. Das bedeutet gleichzeitig, wir behaupten, dass wir jedwede Literatur, die es zu diesem Thema gibt, also die Äpfel und Birnen gemeinsam abdecken, tatsächlich finden. Das ist eine sehr starke Behauptung. Die zweite Möglichkeit besteht darin, wir versuchen eine selektiv vollständige Abdeckung. Das heißt, wir behaupten nicht, dass wir alles finden. Wir behaupten, dass wir alles aus einem bestimmten Teilbereich finden. Zum Beispiel, wir behaupten, dass wir alles zum Thema Apfel und Birnen und dem Thema Obst finden. Das dritte und das deutlich häufiger verwendete Literaturrechercheabdeckungsgrad ist das repräsentativ. Das heißt, wir behaupten nicht, dass wir alles finden. Wir behaupten, dass wir eine Auswahl von Literatur finden, die sich in dem gesamten Spektrum wiedergibt. Und zum Schluss, das ist diejenige Literaturrecherche, die ihr wahrscheinlich häufig durchführt, wenn ihr das erste Mal mit einem Thema zu tun habt, ihr versucht, die zentralen oder eine selektive Literaturrecherche durchzuführen. Das heißt, ihr findet diese literarischen Werke oder diese Veröffentlichungen, die zentral sind für dieses Thema. Nachdem wir nun festgelegt haben, ob wir eine vollständige, eine vollständig selektive, eine repräsentative oder eine selektive Literaturrecherche durchführen wollen, müssen wir uns entscheiden, was ist eigentlich Organisation unserer Literaturrecherche später? Wollen wir sie historisch aufbauen, methodisch oder konzeptionell? Ich werde darauf im Schritt 4 noch etwas tiefer eingehen, dann seht ihr, glaube ich, auch eher, was ich meine. Dann, das ist schließlich immer die Frage, die ich mir stellen muss und das ist auch die Frage, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr einmal eine Veröffentlichung schreibt oder wenn ihr in eurer Seminararbeit oder Bachelorarbeit sitzt, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Ist die Zielgruppe ein Forscherkreis, der sich auskennt, also aus Experten besteht? Sind es Fachexperten, also jemand aus der Wirtschaft? Oder ist es die breite Masse? Das heißt, muss es auch eure Mutter und eure Oma verstehen? Um euch zu zeigen, was das Ganze eigentlich bedeutet und was es, wie es auch praktisch aussieht, habe ich einen Fall gewählt von einem lieben Kollegen von mir, Michael Heving, der das in seiner Doktorarbeit sehr schön ausformuliert hat. Das heißt, ihr könnt auch alle diesen Fall nochmal nachlesen in seiner Dissertation, die hier auch zitiert ist. Michael Heving hat sich mit Kundenprozessen beschäftigt. In seiner Arbeit führt er eine ähnliche Liste, wie ich sie hier dargestellt habe, ebenfalls auf. Und ich will jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durchgehen, aber man sieht, er will eine repräsentative Literaturrecherche durchführen, er will synthetisieren. Das heißt, er möchte diesen ganzen Literaturstrang zu Geschäftsprozessmanagement zusammenfassen und herausfinden, welche dieser Veröffentlichungen beschäftigen sich mit Kundenprozessen. Und das widmet sich ganz klar an spezialisierte Fachleute, denn wahrscheinlich interessiert in der großen, weiten Welt nicht jeden, wie man Kundenprozesse modellieren kann. Wir kommen zum Schritt 2, die Konzeptualisierung des Themas. Das heißt, ich habe jetzt ein Thema, wir haben hoffentlich unsere Fendiagramme gemalt. Das heißt, wir wissen, welche Punkte wir gegenüberstellen wollen und müssen dieses Thema jetzt überleiten in eine echte Suchanfrage. Wir starten mit einer sogenannten Concept Map. Die Concept Map oder auch Konzeptkarte genannt, ist letztlich nichts anderes als wie ein Baum, wie ein Baumdiagramm. Das heißt, ich habe oben meine beiden Begriffe, die nenne ich mal Keywords oder Schlagwörter und dann beziehe ich diese Keywords auf Unterschlagworte. Das heißt beispielsweise, ein Unterschlagwort vom Begriff Apfel ist Obst. Und für meine beiden Begriffe beispielsweise, wenn ich jetzt gegenüberstellen wollen würde, Kundenprozesse und Geschäftsprozessmanagement, würde ich jeweils die Synonyme dafür darunter setzen und verwandte Begriffe darunter setzen. Ich baue somit einen Baum auf aus möglicherweise verwandten Begriffen. Und das kann ich im nächsten Schritt nutzen, um meine Suchanfrage zu bauen. Wie man hier sieht, hat Michael Heving das auch genauso in seiner Dissertation gemacht. Also das heißt, er hat jetzt beispielsweise hier den Kunden modelliert in seiner Konzeptkarte und hat ihm die Kundenprozesse und diesen Kundenprozessen beispielsweise den Begriff Customer Integration untergesetzt. Kommen wir zum dritten Schritt. Wir führen jetzt die Suche durch. Dies ist sicherlich der Schritt, der die meiste Arbeit von euch abverlangen wird. Es ist nicht der Schritt, der wahrscheinlich kognitiv höchste Ansprüche an euch erhebt, denn das habt ihr hoffentlich schon in den vorherigen Schritten gemacht. Aber es ist sicherlich derjenige, wo ihr sehr viel Zeit drin verwenden werdet. Fangen wir damit an, dass wir die Datenbanken auswählen. Wir haben ein gewisses Thema. Lass es strategisches Management sein oder Genom. Und für dieses spezifische Thema müssen wir jetzt herausfinden, welche Datenbanken sind dafür relevant. Ihr werdet in dieser Präsentation, die neben mir auftaucht, werdet ihr später auch noch einen Link finden, wo ihr eine Auswahl verschiedener Datenbanken findet. Es gibt ein paar Datenbanken, die sehr häufig verwendet werden, wie beispielsweise EBSCO, Science Direct oder Web of Knowledge. Und in diesen Datenbanken werdet ihr schließlich eure Literatur finden. Ihr solltet möglichst die Datenbanken finden, die für eure Suchanfrage relevant ist. Das heißt, es kann bestimmte Themenfelder geben, wo es in den allgemeinen Datenbanken vielleicht nicht die Literatur gibt, die ihr braucht. Anschließend überführe ich meine Concept Map in einen Suchterm. Suchterm, da verwende ich Begriffe wie logische Operatoren. Das heißt, ich nehme meine einzelnen kleinen Schlagwörter, die ich habe, und verbinde sie mit AND, OR und umschließe sie mit Klammern. Das heißt, die Begriffe, die zusammengehören, sollte ich in Klammern setzen. Es gibt hier jetzt auch nochmal das Beispiel von Michael Heving. Wie wir hier sehen, er hat sich ja mit Kundenprozessen beschäftigt, im Geschäftsprozessmanagement. Das heißt, er hat eine außerverschiedene Datenbanken verwendet und eine davon ist beispielsweise das BPMJ. BPMJ, das ist das Business Process Management Journal, hat eine eigene Datenbank und es ist eine Datenbank, die spezifisch für seine Suchanfrage relevant ist. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt wie Genomanalyse, ist es jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass ihr dort etwas für euch finden werdet. Aber ihr habt dann sicherlich andere Datenbanken. Darunter sehen wir die logischen Operatoren. Er hat verschiedene Schlagworte hier aufgeführt, wie beispielsweise ja den Begriff Customer und verbindet diesen mit UND oder mit ODER. Nicht nur das, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er fügt sogar noch an, in welchen Feldern er sucht. Es macht zum Beispiel nicht so viel Sinn, wenn ihr nach euren Begriffen im gesamten Text sucht. Denn nehmen wir mal an, Genomanalyse ist eure Suchanfrage. Wenn es irgendwo im Text den Begriff Genomanalyse gibt, heißt es noch immer nicht, dass der Text auch tatsächlich für eure Suchanfrage relevant ist. Nehmen wir das Beispiel von Michael Heving, Abstract Title Subject Keywords. Wenn einer seiner Begriffe in diesen vier Feldern, also im Titel, in der Kurzzusammenfassung oder in den Schlagwörtern, die der Autor dem Artikel gegeben hat, auftaucht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Literatur auch für ihn relevant ist. Und deshalb auch meine Empfehlung, sucht in jedem Fall in diesen Feldern, sollte es nicht genug sein, könnt ihr immer noch eine Volltextsuche machen. Anschließend bestimmen wir Relevanzkriterien. Relevanzkriterien, was ist das jetzt? Nehmen wir an, ihr habt sehr viel Literatur gefunden, also 500, 600 Artikel. Wie geht ihr jetzt weiter vor? Nun, ihr müsst irgendwie transparent deutlich machen, wie ihr diese 600 Artikel A durchforstet und B auf weniger Artikel reduziert. Niemand kann von euch erwarten, dass ihr 600 Artikel durcharbeitet, außer ihr schreibt dann auch eine Doktorarbeit vielleicht. Daher würde ich empfehlen, ihr bestimmt bestimmte Relevanz- und Einschlusskriterien. Ihr sagt, wenn dieses und dieses Kriterium vorliegt, dann werde ich diesen Artikel auch in meiner Suche weiter berücksichtigen. Wenn nicht, dann fliegt es eben raus. Und dies macht ihr am besten so transparent wie möglich. Kommen wir zu Forward- und Backwards-Suche. Nehmen wir an, ihr habt diese Vielzahl verschiedener Artikel heruntergefiltert auf eine handelbare Auswahl. Dann könnt ihr einen oder alle diese Artikel nehmen und eine Backwards-Suche durchführen. Das bedeutet, ihr schaut an, wen hat diese Artikel zitiert. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Artikel, wenn er andere zitiert hat, diese anderen ebenfalls relevant für euch sind, ist eben sehr hoch. Angenommen, ihr habt jetzt euren relevanten Artikel, dann könnt ihr auch eine Forward-Suche durchführen. Das heißt, ihr schaut euch an, wer hat denn diesen Artikel danach so zitiert. Das heißt, gibt es Autoren, die diesen Artikel ebenfalls relevant hielten und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Artikel, die dann also danach entstanden sind, ebenfalls relevant für euch sind. Das heißt, ich würde euch vorschlagen, die Datenbanken, die ihr sowieso durchsucht, durchsucht ihr auch gleich nach der Möglichkeit, wie kann ich damit eine Forward-Suche durchführen. Beispielsweise erlaubt EBSCO so etwas, auch Google Scholar, wenn ihr einen Artikel habt und den jetzt nicht bei Google Scholar gefunden habt, könnt ihr ihn bei Google Scholar einfach eingeben und dann könnt ihr eine Forward-Suche durchführen. Schaut euch an, welche Artikel sind möglicherweise relevant, die danach erschienen sind. Hier haben wir jetzt den Pfeif wieder von Michael Heving. Wir sehen eine Übersicht seiner Suchanfragen. Dies kann euch auch helfen, weil die Suchanfragen bei allen Datenbanken auch sehr unterschiedlich sind. Deswegen würde ich auch dringend empfehlen, schaut euch die Hilfeseiten dieser Datenbanken an und listet danach, ebenso wie er es gemacht hat, transparent auf, wie viele Ergebnisse habt ihr denn pro Datenbank gehabt. Es hilft euch auch nachher zu entscheiden, welche Datenbanken besonders relevant für euch sind, wenn ihr weitere Suchen durchführen solltet oder müsstet. Ebenfalls hilft es dem Leser, also nehmen wir an eurem Prüfer oder eurer Leserschaft, letztlich auch zu beurteilen, wie gut eure Literaturrecherche ist, weil sie sehr transparent nachvollziehen können, wie ihr sie eigentlich durchgeführt habt und es vielleicht sogar selber wiederholen könnten mit den gleichen Suchanfragen. Schritt 4. Wir erstellen die Ergebnisse dar. Dies ist nochmal ein sehr kognitiv anspruchsvoller Teil eurer Arbeit und sicherlich auch derjenige, der dem Leser am längsten in Erinnerung bleibt, hoffentlich. Zunächst führt eine qualitative Analyse durch. Eine qualitative Analyse baut wiederum auf eurer Tabelle aus Schritt 1 auf. Das heißt, ihr habt irgendwo beschrieben, hoffentlich, wie das Ziel eurer Literaturrecherche ist und wie ihr diese organisieren wollt. Erinnert ihr euch noch? Ich habe gesagt, wir kommen wieder auf konzeptionell, methodisch versus historisch. Kommt wieder zurück. Und hier sind wir auch schon. Wir fangen an mit historisch. Das heißt, wir wollen darstellen, wie ist eigentlich die Literatur im Verlauf der letzten Jahre oder Jahrzehnte verlaufen. Das heißt, wie sind bestimmte Diskussionen verlaufen. Und ich könnte beginnen damit, dass ich in einem Histogramm beispielsweise, also einer Zeitreihe, darstelle, wie die Literatur sich bewegt hat. Das heißt, gab es vielleicht die meisten Artikel in den 50ern und dann eine Weile nichts und dann wieder ein bisschen was in den 80ern. Das könnte euch helfen, später auch in der Interpretation. Haben wir eine andere Organisation gewählt, zum Beispiel wollen wir konzeptionell oder methodisch etwas darstellen, könnten wir zum Beispiel gegenüberstellen, welche Variablen wurden besonders häufig untersucht, welche abhängigen Variablen wurden besonders selten untersucht. Und wenn wir dies darstellen, würde uns das ebenfalls in der Interpretation im nächsten Schritt wieder hilfreich sein. Hier sehen wir den Fall von Michael Heving. Michael Heving wollte eine methodische Literaturrecherche durchführen und er führt zunächst auf, welche Schlagwörter besonders häufig in seiner Literatur vorkamen, also in den Ergebnissen, die er bekommen hat. Anschließend führt er bestimmte Schlagworte auf und zeigt auf, in wie weit sie im Zeitverlauf die Diskussion sich darüber geändert hat. Dies benutzt er, um daraufhin eine Interpretation aufzubauen. Dies stellt ebenfalls die Basis dar für seine qualitative Analyse. Qualitative Analysen sind vor allem interessant, wenn wir das Ziel erklären und synthetisieren gewählt haben. Wenn wir nämlich einfach nur das Thema beschreiben, also wenn das unser Ziel ist, dass wir einfach nur beschreiben, was in der Literatur passiert ist, ohne dass wir eigenständig dazu Stellung nehmen oder dass wir versuchen zu interpretieren, dann fällt die qualitative Analyse tendenziell eher dürftig aus, denn wir müssen ja nur dokumentieren. Wenn wir jedoch erklären und synthetisieren, dann müssen wir strukturelle Dimensionen finden, auf deren Basis wir unsere Argumentationen aufbauen. Das bedeutet, wir ordnen alle unsere gefundenen Ergebnisse verschiedenen, beispielsweise Variablen zu, oder wenn es zum Beispiel verschiedene Methoden gibt, die diskutiert wurden, müssen wir herausfinden, welche Beiträge haben diese Methode und welche Beiträge haben sich auf diese Methode spezialisiert. Angenommen, wir wollen eine historische Analyse durchführen, wiederum Organisation historisch, dann werden wir vermutlich zu Zeitreihen tendieren. Das heißt, wir werden darstellen, wie hat sich die Argumentation oder die Diskussion beispielsweise auch kritisch in den letzten Jahren eigentlich verändert, gab es bestimmte Phasen oder gab es bestimmte kritische Zeitpunkte, also Critical Incidents, die die Diskussion stark geprägt haben, zum Beispiel Autoren, die sich besonders hervorgehoben haben. Demgegenüber die methodisch-konzeptionelle gab es bestimmte Kategorien, die sich im Laufe der Zeit hervorgetan haben, gibt es konzeptionelle Unterschiede zwischen verschiedenen Autorenkreisen beispielsweise, gibt es verschiedene Diskussionsunterschiede zwischen den verschiedenen Forschungsströmungen. Michael Heving hat in seiner Arbeit eine qualitative Untersuchung gemacht, indem er von 659 Beiträgen auf 17 heruntergefiltert hat. Dies hat er sehr transparent deutlich gemacht, deswegen kann ich nur empfehlen, das nochmal bei ihm nachzuschauen. Das ist sicherlich ein ansprechend dargestelltes Beispiel. Er führt zu dem aus, und das ist wiederum sehr beachtlich, dass die meisten der Beiträge, also alle anderen, sich nicht mit Kundenprozessen beschäftigen, also im Geschäftsprozessmanagement nicht berücksichtigt wurden, obwohl es ein relevantes Thema ist. Und das gibt ihm sicherlich einige Basis für eine interessante Interpretation. 17 Beiträge beschäftigen sich mit Kundenorientierung und er zeigt auf, wie diese verschiedene Methoden darlegen, wie man Kundenprozesse modellieren kann. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Eure Interpretation wird sicherlich vollständig anders aussehen als seine. Nichtsdestotrotz bietet sie vielleicht ein ansprechendes Beispiel. Wir fassen also noch einmal zusammen. Wir haben vier Schritte. Der erste Schritt ist, wir beschreiben Rahmen und Umfang unserer Literaturrecherche. Der zweite Schritt ist, wir konzeptualisieren unser Thema. Der dritte Schritt ist, wir führen unsere Suche durch. Und der vierte Schritt, wir stellen unsere Ergebnisse dar. Ich habe jeweils versucht, in jedem dieser Schritte euch ein paar Hinweise zu geben, wie ihr genau da in diesen Fortschritten vorgehen könnt. Ich würde euch dringend empfehlen, wenn ihr erstmals eine Seminararbeit oder Abschlussarbeit schreibt, macht euch auch mit dem Thema Literaturverwaltungsprogramm vertraut. Nutzt beispielsweise Citavi, Mendeley, EndNote. Es gibt verschiedenste Software da draußen, die ihr euch bei diesem Prozess unterstützen kann. Ich habe auch noch mal einige Literatur aufgeführt, die euch ebenfalls helfen kann, die systematische Literaturrecherche zu verstehen. Dieses Vorgehen, das ich euch jetzt präsentiert habe, lehnt sich an an ein Vorgehen von von Brocke, welches aus fünf Schritten besteht. Den letzten Schritt habe ich für euch aus Einfachheitsgrund weggelassen. Ebenfalls empfehlenswert ist der Beitrag von Rove, weil er euch einige Hinweise dazu gibt, wie ihr die Literaturrecherche letztlich angehen könnt, wie ihr vor allem die Analyse durchführen könnt. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video einiges mitnehmen und dass eure Literaturrecherche erfolgreich durchgeführt wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.